Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Erlangerinnen und Erlanger, der vorliegende Haushaltsentwurf wäre vielleicht vor 10 oder 15 Jahren vorausschauend gewesen. Im Jahre 2023 allerdings ist dieser Haushalt zu wenig und wird sowohl den zurückliegenden Anstrengungen im Rahmen des Klimaaufbruchprozesses als auch den vielfältigen Herausforderungen einer sich schnell verändernden Welt nicht wirklich gerecht. Aber der Reihe nach. Beginnen wir mit einem kurzen Blick zurück. Die Corona-Pandemie hat uns lange beschäftigt. Vor drei Jahren erreichten uns die ersten Berichte aus Wuhan und Bergamo. Was folgte, haben wir noch alle in guter Erinnerung. Lockdowns, das Warten auf Impfstoffe, soziale Unsicherheiten, gesellschaftliche Konflikte und Zerreißproben. Diese Krise hat Kraft gekostet. Sie hat aber auch gezeigt, dass gesellschaftlicher Zusammenhalt in einer Großkrise möglich ist, wenn die große Mehrheit sie als solche anerkennt und dies in die tägliche Arbeit übersetzt wird. Ein Lob gebührt an dieser Stelle der Stadtregierung, der Stadtverwaltung und insbesondere allen, die im medizinischen Bereich, in den Kliniken, Arztpraxen und in Impfzentren oder in der Pflege tätig sind. Nicht alles war perfekt, aber im Wesentlichen lief vieles ziemlich gut. Im Februar des vergangenen Jahres traf uns mit Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine die nächste Welle der Veränderungen, inklusive Befürchtungen um mögliche Energiemangellagen, steigende Preise und geopolitische Spannungen. Erlang hat ca. 1600 Menschen aus der Ukraine aufgenommen und ihnen im Rahmen städtischer oder privater Unterkünfte ein Zufluchtsort sein wollen. Auch hier ist nicht alles glatt verlaufen, wie die Überforderungen im Jobcenter inklusive Kommunikationssperren und ausbleibende Zahlungen verdeutlichen, die für Geflüchtete wie aber auch für alle anderen sozial marginalisierten Gruppen verhängnisvolle Auswirkungen auf die persönliche Lebensführung haben können. Aber auch hier gilt es im Blick zu behalten, wie viel Solidarität es gab und wie wir hoffen auch weiterhin geben wird. Wir danken an dieser Stelle allen, die sich hier politisch und helfend engagieren. Ohne diese unzähligen Stunden ehrenamtlichen Einsatzes und der zahllosen privaten Unterbringung wäre eine Bewältigung der Krise für die städtischen Ämter faktisch nicht möglich gewesen. Bereits unter einen Anführungsstrichen Normalbedingungen verweisen die Ämter auf Überbelastung. Hier wären neben sofortigen Maßnahmen wie Personalabordnung und eindeutigen Dienstanweisungen auch eine andere Personalpolitik notwendig. Zahlreiche Stellen in diesem Bereich sind schon lange unbesetzt. Diese genannten Krisen haben aber natürlich auch Bezüge zu jener Großkrise unserer Zeit, die vielerorts spürbar zur globalen Katastrophe wird. Die Rede ist natürlich von der Klimakrise. Vor wenigen Tagen war es an Silvester in Erlangen 15 Grad warm. Jahr für Jahr, Monat für Monat registrieren wir Temperaturrekorde. Es stimmt, Wetter ist nicht Klima. Aber die Verdichtung von Wettersymptomen und Extremwetterlagen ist dann doch ein längst begonnener Ausdruck radikaler Klimaveränderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, werden Sie überrascht sein, wenn dieses Jahr wieder Hitzerekorde aufgestellt werden? Werden Sie wütend sein? An dieser Stelle ein kurzes Zitat. Wetterchaos mit tödlichen Hitzewellen, verheerenden Monsterstürmen und anhaltenden verbreiteten Dürren, die weltweit Hungerkrisen auslösen könnten. Steigende Meeresspiegel, die unsere Küsten verwüsten. Umkippende Ökosysteme, verheerendes Artensterben, brennende und verdorrende Wälder, versauerte Ozeane, Failed States, riesige Menschen zahlen auf der Flucht. Was glauben Sie, wer hat das geschrieben? Autor ist Stefan Rahmsdorf, einer der weltweit renommiertesten Klimaforscher, unter anderem am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung tätig. Entnommen ist das Zitat aus dem Aufsatz Klima und Wetter bei drei Grad mehr. All das skizzierte, so Rahmsdorf, sei wahrscheinlich, wenn wir nicht unbedingt und unmittelbar in den ernsthaften Krisenmotus schalten. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, viele der skizzierten Szenarien sind bereits im Gange, auch wenn mit jedem weiteren Grad exponentielle Steigerungen zu erwarten sind. Was im letzten Jahr in Pakistan passierte, ist mehr als nur ein Alarmsignal. Es ist wirklich katastrophal. Pakistan ist im letzten Jahr doppelt verschwunden. Erstens von der Landkarte. 30 Millionen Menschen haben ihre Existenz verloren, untergegangen in einer einzigen großen Flutkatastrophe. Und zweitens aus dem Diskurs, aus dem Diskurs in westlichen Gesellschaften. Es ist auch dieses Verschwinden aus der öffentlichen Wahrnehmung, dass die doppelte Ungerechtigkeit offenbart. Nicht nur, dass die Klimakrise besonders jene sehr hart trifft, die vergleichsweise wenig zu ihrer Verschärfung beitragen. Darüber hinaus wird den Opfern dieser Krise auch noch jegliche Aufmerksamkeit und Anerkennung verwehrt, die als grundlegende Bedingung erst bedarf, damit es Hilfsbereitschaft gibt. Aber auch in Bezug auf Konfliktlagen in dieser Stadt Mangel des bisweilen an Verständnis der Klimakrise und was sie für jüngere und nachfolgende Generationen bedeutet. Die gleichen Mechanismen des Ignorierens, des Ausblendens oder der Scheindebatten sind auch in Bezug auf die Verhältnisse hier wahrnehmbar. So zum Beispiel, wenn auf einmal schwerverdaulich von einer Klima-RAF die Rede ist, Wissenschaftlerinnen als aktivistisch bezeichnet werden oder jene, die konsequenten Klimaschutz einfordern, zunehmend kriminalisiert werden. Menschen, die sich dafür einsetzen, dass die Welt auch morgen noch bewohnbar ist, werden für ihren Einsatz sanktioniert und zurechtgewiesen, besonders wenn sie Frustration ausdrücken oder ihre Angst vor der Zukunft nach außen tragen. Warum ist das so? Wie kann es sein, dass Klimaschutz auch in den 2020er Jahren noch als Anliegen unter vielen gesehen wird? Bei 1,2 Grad Erderwerbung mit Kippbukten fürs Klimasystem, die sehr wahrscheinlich in unmittelbarer Zukunft überschritten werden. Wie kann es sein, dass jene, die dagegen aufbegehren, als Klimalobby diffamiert werden, als ginge es ihnen nur um ihre Partikularinteressen? Der bayerische Innenminister Herrmann legte noch letzte Woche nahe, dass Klimaaktivistinnen eine Gefahr für die Demokratie seien. Jedoch eine Gefahr für alles, was den meisten hier im Raum lieb und teuer ist, ist das praktizierte Weiter-so und ein ignorieren des dringenden Handlungsbetriffs. Liebe Kolleginnen und Kollegen, statt über gewaltfreien zivilen Ungehorsam zu diskutieren, sollten wir vielleicht über eine bestimmte Form des exekutiven Ungehorsams reden. Das heißt, über die Art und Weise, wie sich die Exekutive auf verschiedenen Ebenen ihren eigenen Beschlüssen, ja sogar gerichtlichen Vorgaben widersetzt. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahre 2021 und die damit erfolgreiche Verfassungsbeschwerde gegen das wenig ambitionierte Klimaschutzgesetz markieren nur als Beispiel dienen. Klar ist, Klimaklagen und Verfassungsbeschwerden werden zunehmen. Verweisen darf man an dieser Stelle auch auf die Erkenntnis von Professor Miosga, der in der Erlanger Klimanotstandsstudie klar benannt hat, dass es keine Erkenntnislücke, sondern eine Umsetzungslücke gibt. Die Frage ist also berechtigt, warum auf fast allen Ebenen die eigenen Klimaschutz- und Klimaneutralitätsziele kontergeriert werden und gerissen werden. Nun konnte man ja einige Jahre glauben, dass die Dinge in Erlangen anders laufen. Eine starke Klimabewegung, engagierte BürgerInnen, die jetzt 2019 geschafft haben, den Stadtrat und die damalige Stadtregierung auf das 1,5-Grad-Ziel einzuschwören. Mit der unmittelbaren Folge, dass Erlangen als erste bayerische Kommune den Klimanotstand ausruft. Das Ziel wurde im November 2020 klar formuliert. Klimaneutralität der Gesamtstadt vor 2030. Es folgten Sofortmaßnahmen, von denen eine Vielzahl aufgrund von Personalmangel bis heute nicht umgesetzt sind. Es folgten Gutachten, die in ihrer Forderung nach ambitionierten Maßnahmen eindeutig sind. Und ziemlich schnell ruhten die Hoffnungen somit auf den Klimaaufbruchprozess, der zum Hebel für die Transformation hin zu einem klimaneutralen Erlangen werden sollte. Schnell war auch klar, Energiemobilitäts- und Ernährungswänden sind unumgänglich und bedürfen schneller Umsetzung. Kritik am Weg dorthin ist aufzunehmen und war auch Gegenstand des Prozesses. Kritik an der Notwendigkeit der Beschlüsse läuft hingegen allem zuwider, was wir über diese Krise wissen. In der Oktober-Stadtratssitzung haben wir dargestellt, was auf dem Spiel steht und im Rahmen des Klimaaufbruchprozesses auch verhandelt wird. Die drei wesentlichen Fragen bleiben. Erstens. Schafft es Politik, sich an wissenschaftlichen Erkenntnissen auszurichten? Zweitens. Ist kurzfristige Wirtschaftlichkeit die einzig ausschlaggebende Rationalität, der wir uns verpflichtet fühlen, selbst dann, wenn wir wissen, dass Klimafolgekosten alle kalkulierbaren Kosten exponentiell übertreffen werden? Oder gibt es Raum für andere Rationalitäten, andere Beweggründe, auf denen gesellschaftliche Veränderungen fußen können, dürfen und sollen? Und drittens. Gelingt der sozial-ökologische Umbau der Gesellschaft auf kommunaler Ebene? Unsere Forderung war und bleibt, dass die Beschlüsse zum Klimaaufbruch und der vorliegende Haushalt diesen Fragen vor allem aber den Anstrengungen und dem Engagement, den Diskussionen und Ergebnissen der Stakeholder-Sitzung und des BürgerInnenrats gerecht wird. Angesichts der Energie, angesichts der vielen Vorbereitungen, die in diesen Prozess geflossen sind, hätte es einen großen Wurf im Sinne des Ziels der Klimaneutralität gebraucht. Wo sind wir gelandet? Der städtische Haushalt für das Jahr 2023 macht aus diesem Prozess einen Klimaaufbruch mit angezogener Handbremse. Der Klimaaufbruch läuft Gefahr, die selbstgesteckten städtischen Ziele nicht zu erreichen und das nicht etwa, weil die Beratungen im Stakeholder-Gremium und im BürgerInnenrat nicht ambitioniert gewesen wären, sondern vor allem, weil von 41 Maßnahmen nur 14 zur unmittelbaren Umsetzung von der regierenden CSU-SPD-Kooperation beschlossen worden sind und selbst diesen 14 Maßnahmen über die Haushaltsplanung den Wind aus den Segeln genommen wird. Wie ist es zu erklären, dass die Halbwertszeit des Oktober-Stadtratsbeschlusses über die 12 plus 2 Maßnahmen nur wenige Wochen betrug? So wurden die in der Oktobervorlage vorgesehenen Stellen nur wenige Wochen später im Haushaltsverfahren erneut zusammengekürzt. Scheibchenweise wurde ein ursprünglich ambitionierter Fahrplan-Klimaaufbruch so weit gestützt, dass man sich ernsthaft die Frage stellen kann, was am Ende übrig bleibt. Und das obwohl laut neuesten Berechnungen möglicherweise schon nächstes Jahr, also 2024, das im Rahmen des 1,5-Grad-Ziels erlangt zugestandene CO2-Restbudget aufgebraucht sein könnte. Bitter ist hierbei vor allem, dass viele Maßnahmen, die in die Stadtgesellschaft hineinwirken sollten, wie zum Beispiel Beratungsangebote, Kampagnen und Unterstützung von Handel und Industrie, nicht ausreichend im Stellenplan Berücksichtigung finden. Wie sollen wir es schaffen, auf jedes brauchbare Dach, jede geeignete Fassade, jede sinnvoll nutzbare versiegelte Fläche, eine PV-Anlage zu bauen? Wie können wir GebäudebesitzerInnen dazu bewegen, Investitionen zur energetischen Sanierung zu tätigen, wenn wir als Stadt nicht bereit sind, Unterstützung durch umfangreiche Beratung und zügige Bearbeitung von Förderanträgen bereitzustellen? Auch hier sind die Kosten für ein paar zusätzliche Stellen minimal im Vergleich zu Klimafolgekosten und zu dem riesigen Ausstehen in Investitionsvolumen für eine bereits jetzt späte Energiewende. Auch die Entwicklung integrierter Quartierskonzepte mit gemeinsamer, dezentraler, optimierter Wärmeversorgung, wie im Klimaaufbruch empfohlen, erhalten in diesem Haushalt nicht die notwendigen Personalressourcen. Ich zitiere meine Fraktionskollegin Eva Linhardt aus der Haushaltsrede des letzten Jahres. Es gibt eine Bugwelle von Aufgaben, die nicht abgearbeitet werden kann und gleichzeitig sehen wir in vielen Ämtern sehr hohe Belastungen bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das kann so nicht weitergehen. Meine Damen und Herren, ein Jahr später und auch nach einem Klimaaufbruchprozess, der erneut einen riesigen Personalbedarf angezeigt hat, hat sich an diesem Bild nichts geändert. Im vergangenen Jahr gab es keine Umweltverkehrs- und Planungsausschusssitzung, in der nicht über Personalmangel seitens der Verwaltung geklagt wurde. Ob es um die Entsiegelung städtischer Plätze oder die Umsetzung der Stand-Umlandbahn geht, der Ruf nach Personal zur Umsetzung ist weithin vernehmbar. Dass es an Personal zur Umsetzung bereits beschlossener Maßnahmen mangelt, gleichzeitig dem haushaltspolitisch aber nicht Rechnung getragen wird, ist zutiefst beunruhigend angesichts der Herausforderungen. Die Befürchtung, es könne in Zukunft einen Personalüberhang geben, ist nicht nachvollziehbar, da aufgrund des demografischen Wandels in den nächsten Jahren sehr viele Mitarbeiter der Verwaltung in den Ruhestand gehen werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir würden es sehr befürworten, wenn wir in Zukunft echte Haushaltsgespräche über Fraktionsgrenzen hinweg haben würden, wie sie in Nachbarstädten üblich sind. Besonders in Haushaltsfragen wünschen wir uns mehr und frühzeitige Einbindung. Die Haushaltsabstimmung in den jeweiligen Ausschüssen, wie sie im vergangenen Haushaltsverfahren praktiziert worden sind, gilt es zu überdenken. Bei einem Haushalt mit einem Gesamtvolumen von 470 Millionen Euro pro Format die Hand zu heben, nur um festzustellen, dass die Kooperation aus CSU und SPD im Kleinkreis ein Vorgehen abgesprochen hat und dieses durchsetzt, führt zu Frustration und wird auch den jeweiligen Ausschüssen und diesem Gremium nicht gerecht. Wir haben es uns nicht leicht gemacht. Wir sind in enger Abstimmung mit der grünen Basis, mit klar artikulierten Verbindlichkeiten in den Klimaaufbruchprozess und diese Haushaltshunde gegangen. Unsere Forderungen waren eindeutig, Personalressourcen in Schlüsselbereichen und insbesondere im Bereich Klimas sind massiv aufzustocken. Das Argument, mehr Personal zu schaffen, sei nicht möglich, ohne die dauerhafte Leistungsfähigkeit des städtischen Haushalts zu gefährden, ist falsch. Die Gefährdung der Leistungsfähigkeit des Haushalts sind nicht Personalstellen, sondern Klimafolgekosten. Diese Klimafolgekosten werden von Jahr zu Jahr steigen, wenn wir nicht kollektiv handeln. Angesichts eines Haushalts, der im Klimaaufbruchprozess den Wind aus den Segeln zu nehmen droht, kann unsere Fraktion diesem Haushalt so nicht zustimmen. Vielen Dank. Applaus